Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt einzuschalten. Ich stehe hier in der Ecke, ich stehe schon lange in der Ecke, weil ich an der Tür nicht weiter arbeite, habe ich mich straff versetzt hier in die Ecke. Ich bleibe jetzt stehen bis Weihnachten. Was haben wir jetzt? Wir haben Anfang 32, 23. Auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Schaut genau zu, damit ihr das nächstes Mal selber machen könnt. Das nächste ist jetzt an der Reihe, das hier auszuflicken. Das wird nur hier verleimt. Hier werde ich einen Keil eintreiben, das kann ich dann eigentlich noch schön nachschneiden. Das ist jetzt zum Ablängen. Jetzt reißen wir uns das hier an, damit ich das ausflicken kann, mit ein wenig Übermaß. Hier wird abgeschnitten und das wird hier nur verleimt und dann später kommt der Zapfen hinein und wird der Zapfen verleimt. Aber zuerst das hier. Warum leime ich das nicht gleich mit? Nein, mache ich nicht, warum weiß ich nicht. Jetzt wird das hier eingepasst. Ich lege mir das hier gerade her, messe hier den Abstand 15 mm und messe hier dann am Spitz 15 mm herein, übertrage mir diesen Punkt hier und verbinde das. Also ich habe hier den Abstand gemessen. Der musste natürlich parallel sein. Der Abstand, der hier war, den habe ich hier übertragen. Diese Linie habe ich mir hierher verbunden und dann habe ich genau diese Schräge. Das werde ich jetzt grob schneiden. Falsche Säge. So was sollte normal nicht passieren, dass man die falsche Säge nimmt. Jetzt habe ich ca. 1 mm stehen lassen. Jetzt tobele ich noch ein paar Mal nach. Einen Hauch noch hier, So ein wenig noch nach hobeln. Jetzt leime ich das herein. Normal wäre es ja mit Knochenleim ideal zu leimen, da es ja eine alte Tür ist. Aber hier unten ist der Regen. Also das Wasser kann hier unten eventuell hin. Und das ist mir dann jetzt zu gefährlich. Beim Weißleim weiß ich, der wird da halten. Diese Wange muss relativ viel halten, da er die Wange hier den Zapf unten halten muss. Jetzt ziehe ich mir mit dieser Zwinge das so schräg, so schräg hinein, dann presst es mir das schön in die, an die Kanten an. So, den Lein überall fest hinein. Und jetzt gebe ich hier, schade dass ich kein breiteres habe. Gärungsschlitz und Zapfen. Hier, das sind die Schlitze. Daher ist unten nur noch ein Drittel. Hier dasselbe. Hier habe ich den Zapfen schon gefräst. Oben die Gärung. Unten bleibt die Wange normal und in der Mitte, das wird herausgenommen. Auch gedrittelt. So macht man das. Auf jeden Fall spanne ich das hier ein. Ich werde mir das mit 45 Grad her schrauben. Also hier so ungefähr sollte es sein. Hier unten muss es durchgehen. Das ist wichtig. Das ist blöd. Hier habe ich zu wenig Auflagefläche. Aber hier, hier geht's. Hier mache ich meinen Strich. Sonst wird das nichts. Denn ich kann nirgends anlegen. Jetzt schraube ich das hier mal an. Jetzt richte ich das genau nach dem Strich aus. Hier kommt jetzt die Leiste her. Das heißt, hier soll einer drücken. Der Hund winzelt ein wenig. So. Und hier noch einen zweiten Arm. Denn dann hält das ja besser. Hier klar. Das ist ordentlich drücken. Das habe ich mir natürlich schon bei den anderen eingestellt. Ich habe die linke Gärung schon gefräst. So. Und jetzt fräse ich einmal durch, damit ich sehe, wo mein Anliegepunkt ist. Denn wenn ich hier jetzt fräse, fräst jetzt mal hier das weg, so wie hier schon. Und dann weiß ich genau, wo ich meine Gärung anlegen kann. Jetzt habe ich hier eine Gärung angeschnitten. Denn ich muss ja hier fräsen jetzt. 45 Grad. Ich schraube das einmal an. So. Ein bisschen zu weit weg. Das muss in den Fräser hineinschauen. Sonst reißt mir ja diese Kante hier aus. Und jetzt schaue ich mit dem 45 Grad hacken, ob das passt. Nein. So. Jetzt habe ich mir das genau 45 Grad eingestellt. Jetzt kontrolliere ich sicherheitshalber nochmal. Passt ganz genau. So. Jetzt kommt hier mein zu fräsendes Teil. Das schraube ich jetzt an. Die Klemmen habe ich schon vorher eingestellt. Also diese Niederhalter, denn ich habe ja die anderen schon gefräst, die ihr vorher jetzt gesehen habt. Diese Gärungsschlitz und Zapfen. Der, was diese Dürre vor 150 Jahren gebaut hat oder so, der hatte natürlich keine Tischfräse. Also der konnte wirklich arbeiten. Wenn sie an zwei Punkten gehalten wird, die Leiste ist das natürlich besser. Wenn sie jetzt nur einmal gehalten würde, mit so einem Niederhalter, dann könnte sich die Leiste beim Fräsen drehen. Und das wollen wir auf keinen Fall. Diese Platte ist auch schon fast, von diesen ganzen Bohrungen, muss man etwas weg den Überstand der Schrauben, sonst liegen die Teile nicht gerade auf. Jetzt fräse ich einmal durch, dass ich quasi meinen Nullpunkt habe, also wo ich anlegen muss. Jetzt habe ich vergessen, dass ich weiß, wo mein Punkt ist, wo ich anlegen muss, dass ich mir das für übertragen. Damit kann ich jetzt hierher gehen. Jetzt ist der wieder im Weg. Also hier, hier kann man genau erkennen, hier hatte ich den Nullpunkt und so fräse ich das. Jetzt ist dieses Teil hier, jetzt fräse ich noch hier. Jetzt muss ich hier bei dieser Gärung den Schlitz machen, dass es ein Gärungsschlitz und Zapfen wird. Hier kann man den sehen, hier ist er am Originalteil, der Schlitz und hier muss er hinein. Hierzu habe ich mir jetzt also eine Schlitzscheibe reingegeben. Hier habe ich schon hingefräst auf, das ist mein Nullpunkt und jetzt brauche ich mir nur diesen Punkt nach unten überwinkeln. Überwinkele ich mir das nach unten, muss mit dem Winkelstrich genau auf diesen Punkt hin. Und wenn ich dort bin, ziehe ich das an und dann kann ich mir diese Nut fräsen. Muss ich noch ein bisschen nach oben, dass das weg ist. Wenn ich die jetzt alle gefräst habe, sollten die mit den alten zusammen passen, mit den kaputten, passt. Und natürlich auch mit den neuen, mit den neuen ist das etwas lockerer. Also da muss ich noch nacharbeiten mit der Hand, denn für beide passt das natürlich nicht. Die alten sind sehr verdreht, hier ist nichts mehr gerade. Das hat sich wirklich extrem gedreht, das sieht sogar aus, als wenn es schief geschnitten wurde. Aber kann ich mir nicht vorstellen, wer hätte sich das angetan, das schief zu schneiden und dann das Gegenstück schief. Also das ist wirklich so verdreht worden über die Jahre. Und jetzt werde ich anfangen, diese Profile wieder nachzuhobeln. Schauen wir, ob mein Handhubel passt. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das Video ist vorbei, die Tür steht noch immer. Sie ist das ganze Video über hier gestanden. Ihr habt im Video die Türe in Bewegung gesehen, obwohl sie hier in Wirklichkeit stand. Das ist total kompliziert. Das versteht man nur eigentlich, wenn man Zeitsprünge machen kann. Also wir sehen uns wieder hoffentlich nächste Woche. Drückt Gefällt mir, abonniert den Kanal. Und wenn es nichts ist, dann löscht das Ganze. Löscht das Internet.